Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der... ...Motro! Und was spielen wir? Tom Clancy's Ghost Recon. Wildlands! Wildlands! Ja, Wildlands! Und schön, wie du hinten drin sitzt. Ja, fahren Sie! Ich fahre! Fahren Sie, mein Butler! Äh, wir wollen Treibstoff und Transport aufhalten, zerstören, das weiß ich wirklich genau. Wir werden das gleich sehen. Genau. Ja, erreichen Sie das Einsatz hier. Treibstoff und Lufttransport. Okay. Oh, du überfährst das Mädchen! Wir haben uns doch gestern geeinigt, oder letztes Mal geeinigt, keine Zivilisten zu töten. Oh, mein Handy klingt genau. Mein Handy klingt jetzt endlich. Oh, dieses Radio nervt. Ich weiß nicht, ob man das wahrscheinlich nicht hört. Also, Mausrad ist nicht ein Fliegswechsel. Oh, äh... Der gibt erst mal zum Rücken. Ich glaube, der liegt ja eher auf dem Rücken, ne? Ja. Der Hummelzeit ist in den Aktenordner. Kannst du ja hier schon parken. Jo. Gegner! Ist's schon? Warte, warte, warte. Ähm, Y war die Drohne. Ich werde... Ich... Ich kläre mal auf. Klär mal. Ziel Nummer 2. Da. Drittes Ziel. Kleine Gruppe Tangos. Oh. Ziel Nummer 5. Das sind aber ein paar. Ja, das sind ein paar. Ich weiß. Im Haus habe ich jetzt noch nicht gucken können. Moment. Ich kann nicht ins Haus reingucken, weil alle Fenster blockiert sind. Okay. Na dann, äh... Ja. Das sind sie. Wie wollen wir da vorgehen? Ah, hier vorne steht noch einer. Sind sie auch fast alle auf dem Haufen da, ne? Hm. Und, äh, egal wen du abschießt, die werden gesehen. Glaube ich. Warte mal, ich gehe auf die andere Seite. Ja, einer kommt hier gerade. Den werde ich, glaube ich, gleich abschießen. Oh. Er hat mich gesehen. Scheiße. Überfick der Scheiße. Wurde gesehen. Ach, bei mir... Bei mir stand hier direkt einer. Den habe ich übersehen. Ha, 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 ha. Nur verdammt. Die schießen gut. Ah, ich muss kurz zurückfallen. ziel eliminiert war nicht noch einer da hast du den da hinten habe ich gerade noch erwischt ja alle tod ja hier ist einer dieser kartellorden den wird bestimmt ein sekund jetzt kann man die tür eintreten dann guckte ich hier mal drinnen um ich guck mal außen rum ich mache hier noch ein paar fotos wir wissen jetzt wo die Garage ist in der politischen Sportwagen parkt wir wissen nicht wo die Garage ist vielleicht erfahren wir ja wo er und seine Freundin steckt neuer Einsatz möglich Nachschub, Nachschub, Nachschub hier unten ist nichts kein Nachschub aber ein Jeep, den ich ganz nett finde hier vorne ist eine Limousine also so eine aber der Jeep sieht hier auch so richtig high-end aus ja dann lassen wir Jeep fahren oder Helikopter aber wir müssen ja gar nicht mehr so weit oder? nö, ist gleich hier vorne oder laufen ja komm laufen ja gut wir müssen uns ja, Bolivien war das Land ne? äh ich glaube ja irgendwas mit B ich war mir nicht mehr sicher ich habe beim ersten Video den Titel einfach Bolivien genannt ich hatte noch so im Kopf so, es war bestimmt Bolivien ja ich glaube Bolivien ok wir müssen das Flugzeug stehlen dann werde ich nochmal aufklären mal gucken oh ja, ja ein paar geht nicht ich habe noch einen Tango ich habe fünf Tangos oh einen gepanzerten ja direkt um Flugzeug, ne? ja ja aber das sind keine Leute in den Häusern wie ich ne, keine in den Häusern also das sind die einzigen die hier sind und die sind draußen alle ok ich kann ja mal gucken ob ich hier auf den Stein komme und hoffentlich nichts dabei gesehen werde dann gebe ich dir mit Scharfschützengewehr Deckung ok, dann gehe ich um das Haus und rotz von da los geht wohl ich habe jetzt hier gerade einen Visier wollen wir erstmal so einen weg snacken, dann gehe ich kurz... wir schießen weg ok, der haut gerade... ok, das war nicht so das war der genau in der Mitte so, die Aufmerksamkeit ist auf mich ich... änder jetzt ja, nur noch der pflanzerte Typ da ja, ich versuche rumzukommen ist tot wie hast du ihn so leicht gekillt? ja, Headshot ach, das geht scheinbar oh, hier liegt noch was auf diesem Ort ist ne Koka-Pflanze ich weiß nicht ob du das auch bekommen hast nen Fertigkeitspunkt ne, aber ich... hole ich mir gucken ob hier ein Gegenstand liegt bei dir mhm, liegt, ja ok hier sind noch... noch Schubgedöns eh endlich wieder ein MG hier ist... hier ist Munition schön wäre wenn man noch mal irgendwie die Gegner noch weiter markieren könnte hier irgendwie mit... Hunden-Symbolen ich hätte gerne noch mal ein Scope damit ich besser aus der Entfernung treffe mhm... ja... stimmt! Am letzten Mal habe ich auch einen langen Lauf des Schadenschützengewehr gefunden, vielleicht sollte ich das auch nochmal aufsetzen. Und hoch geht's! Juhu! Und Rolle! Esto es Ese Vato! Radio Santa Blanca, contigo el perito! Jetzt fühlt er sich ganz warm und wohl! Und bist wo oft hin? Da sind irgendwie 2,1, 2,0 Kilometer angezeigt. Okay, dann glaube ich. Siehst du den Fall nicht? Doch, doch, den großen, ja. Ich habe gerade auf der großen Map geguckt. Kannst du rausgucken und schießen? Äh, mit Rechtsgriff nicht? Ne. Schade, oh fuck! Landebar! Jaaa! Das ist ein Kurzziel an der Bahn, ne? Jaaa! Gut, dass wir keine Drogen oder so dabei haben. Nee, sie müssen ganz stoppen. Ich muss an so einen Film denken mit Tom Cruise. Wo er den zweiten Piloten rausgeworfen hat, weil das Flugzeug so voller Drogen war. Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Wo, wo, wo? Oh, Kühe! Kühe, geht weg, ihr Scheißviecher! Komm, ich hab den Kuchen getötet! Der muss noch 63 Meter! Du bist ausgestiegen! Sieht alles heil aus! Oh nein, ne, ne, kommt da! Ja, ist nicht schlecht! Hallo Rebellen! Äh, da vorne war was... Wir sollen hier was melden, hallo! Hier bei der Scheune sind Gegner. Glaub ich. Da war auf jeden Fall was rot. We-weiß nicht, was ich hier melden soll hier. Es ist doch abgeschlossen schon. Achso! Alles gut. Weil hier ist noch was markiert, was blaues. Auf der anderen Seite. Stimmt irgendeine Kiste oder so. Ach, hier ist ein Fertigkeitspunkt. Fertigkeitspunkt! Auf Santa Blanca, viele von denen verleiht. Fertigkeitspunkt! 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 Oh, bastelt euch mal ne andere Flagge! Headshot! Hör mal, keine Kuh interessiert! Hier vorne ist noch irgendein Punkt und ein LKW und Munition. Gratis Fleisch! Beef! Na gut, dass da Munition drin ist. Ich hab gedacht, hier was verbraten. Hier sind Gegner, ja. Da ist ein zweiter Tango. Ja, gleich. Ich will erstmal Gratis-Munition. Wo waren die? Oh ne, hier drinnen ist erstmal Versorgung. Ey, wie viel Essen wir finden, brauchen wir doch gar nicht. Oder unterstützen wir damit auch die Rebellen? Hier vorne ist auch noch was. Ja, hier ist, äh, Zeug zum Untersuchen. Jawoll, ganz viel Zeug wieder auf der Karte. Ja, der gepanzerte Typ und der andere, äh, zwei Mann kommen. Willst du den anderen, ich den gepanzerten? Ja, du den gepanzerten. Okay, der hat... Tango getroffen! Okay, war nicht schlecht. Alter, der gepanzerte, der ist wieder weggesnackt. Ja, ja. Oh, hallo? Ich will auch schießen. Aber man kann nicht anders markieren, ne? Ach, du bist über mir! Ja, natürlich! Ah! Guck mal! Wie hast du das gemacht? Mit Q kann ich sagen, ich bin Nummer eins, du bist Nummer zwei. Ah, ha! Also das ist dann der simultane Schuss, wo wir dann sagen können, alles klar, jetzt schießen. Hm, toll, der ist jetzt so toll hinter der Wand. Ja, jetzt können wir, glaub ich, mal Hallo sagen. Oh, das ist ne geile Waffe! Oh, yeah! Das ist geil! Das können wir gebrauchen für irgendein Lager. Die haben ja... Ich bin auf Auto. Fackeln die hier grad noch irgendwas ab? Hier ist noch irgendwas drin. Hm, hier ist nichts. Na, alles kaputt. Ja, hier ist auch alles zu, vernagelt und im Arsch. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch gleich zum nächsten gehen. Mit so einem schönen Gefährt. Hier ist ein Story-Einsatz. Story-Einsatz, ja, nimm mal das. Hast du das bestätigt? Hab's bestätigt! Na dann, steig ein! Dam, daadam, dun, dun, dam, dam, dun, dun, da... Wo komm ich auf's Geschütz? Du hast den, hast du für Platzwechsel geändert? Ja, ich wechsle schon fleißig, aber wie komme ich ans Geschütz? Musst du hinten, wenn die... Steig mal aus, kannst du hinten draufklicken. Ja, Schütze. Da-da-da-da-da-da! Ich weiß zwar nicht, was der Story-Einwand ist, aber... Zustand? Wir müssen vielleicht einen Konvoi beschützen. Halten Sie den Konvoi auf! Wir haben die beste Waffe dafür! Wir rollen! Ja, wir rollen! Jetzt machen wir alle! Keiner passt! Irles Ding! Scheiße geil! Hätten wir... Markieren Sie den Konvoi? Warte, ich geh mal kurz hin gucken. Das ging schnell! Scheiße! Ach, auf der anderen Seite ist schon was Rotes, da könnten Feinde nicht zu uns kommen. Wir melden den Revendium-Standort des Trucks. Ausrüstung sieht gut aus! Nee! Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert. Hier vorne gleich rechts, da ist auch irgendwer. Fahren wir hier nicht schon mal? Ups! Gegner! Ich liebe das! Na, lebt noch mehr! Ja! Ich weiß nicht, die haben wir aus. Kann ich aber... Oh! Oh, da vorne! Wo sind die Bluteffekte? Siehst du das etwa nicht? Ja, das bisschen. Aber was sich da reinzimmern, müssten die ja zerfetzen normalerweise. Ja, ich glaub das war's. Ja. Wartet, Waffenkiste entdeckt. So kann man aufräumen. Alter, so ist das Spiel echt easy. Aber es macht Spaß. Voll weggebredelt. Einfach ein bisschen brrrrt. Stimmt, waren wir nicht mal? Sieht zwar aus, ne? Ja, ich glaube, ne? Aber hier kann man halt noch... Warst du das? Ja, musst noch hier irgendwen befreien. Ja, genau. Und das mit dem Konvoi gibt's ne Einführung. Kommt wahrscheinlich auch häufiger vor. Konvois, transportieren große Mengen Nachschub. Ey! Ja, ja, genau. Aber das ist ja einfach mit... Oh, ich hab's gesehen. Hä? Das Auto. Das Auto, schnell! Schnell zum Auto! Warte, warte, warte! Ich bin nicht so leicht. Schnell! Unser Wagen qualmt schon irgendwie, ja? Fahr! Oh, die geht sich durch. Ja, aber der Pedal... ...gibt Gas und dann fährt er erstmal halben Kilometer nach hinten. Das lässt sich echt scheiße schlingern, das Ding. Oh, ich hab ne Kuh erschossen. Oder so. Ja, und die Gegenstände lösen sich ja auch. Ist ja auch doof. Also, da hätten wir uns eine halbe Stunde liegen lassen können. Ist ja das hier, ne? Ne, da vorne. Ah, jetzt seh ich nur auf der Karte des Rotes. Ruhig, ruhig! Und jetzt? Da steuert sich echt scheiße, das Ding. Fahrphysik ist nicht so ein Funfall. Kaum zu meiner Gatling Gun. Da vorne ist er. Muss ich ihn töten? Töte ihn! Töte ihn! Explodiert er gar nicht! Ja! Jawohl! Jetzt weiß ich nur nicht, was das gebracht hat. Ich auch nicht! Du hast gesagt töte! Ich hab getötet! Hier vorne sind Gegner. Okay. Oh, warte mal. Steig mal kurz aus. Da ist Spritz. Oder... Machst du... Unser Wagen qualmt schon. Nein! Hey, der ist uns vorne drauf gefahren. Töte ihn! Oh! Ich mach... Ich mach nur das Auto kaputt. Oh, ist das nach oben geflogen? Bei dir auch? Äh, ich hab grad nicht drauf geflogen. Haha, okay. So, aktivieren und verteidigen sie den Sender der Rebellen. Dann machen wir das nochmal. Ja, verteidigen können wir gut mit der Gatlinger. Jo. Nach vorne sind wieder Gegner nach der Straße. Äh, hier. Ja, genau. Au! Das Auto ist kaputt. Nein! Nein! Ey! Anruf! Das ist kaputt! Der ist kaputt! Der ist kaputt! Oh, mach, 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 mach! So viel? Ja. Warte, ich markiere. Wo sind die denn? Die verstecken sich hier. Granate fliegt! Was ist das kaputt? Was ist das kaputt? Was ist das kaputt? War doch nur einer! Ja, aber irgendwie hab ich ihn voll auf die Fresse gekriegt gerade. Weiß ich nicht. Ich hab auch keinen mehr gefunden. 17 Fertigkeitspunkte, ach du Scheiße. Hier ist Zeug, das kannst du mal scannen, wenn du magst. Ich geh mal hoch, gucken, was hier noch ist. Ah, hier ist auch noch Zeug. Oh, untersuchen. Bonus finden, also wir haben drei Möglichkeiten. Mhm. Keine Infos, äh, zu Rebellenoperationen. Keine Infos zu Nachschub, dann nehm ich zwei. Bonus-Orden, schalten sie einen einzigartigen Bonus für jeweilige Fähigkeiten frei. Okay. Haben wir. Haben wir, haben wir. Noch oben was tolles, oder? Joa, mh, nö. Der Rest ist markiert und, äh, Munition ist da vorne noch. Hab ich. Okay. Ich will auch mal fahren. Ich nehm den anderen. Ich fahr dir nach. Ich hab Geländewagen, ich kann das nicht. Jetzt hab ich hier. Wie? Du? Ja, nehm, ich weiß nicht. Du machst mein Fahrzeug kaputt. Hey! Das war schon ziemlich gut verhe amendet. Hey. Sie fahren oder was? Ich fahr' noch. Ich fahr' doch gerade, was hast du denn? Ich hab' Geländewagen, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Nee, ich kann das nicht. Wer hat das noch so schlecht? Jaa, sagst du jetzt, wo du vorne liegst? Haha, im Radio sagt da gerade irgendwas von kranker Wichser. Ne, ich hab Musik. Ohohoho, nein, ahahahahahah! Ah, bist du so richtig. Ah, ich komm morgen erst oben an. Oh, du hast doch extra auf mich gewartet. Natürlich, hier vorne sind Gegner. Achso, darum hast du auf mich gewartet. Ah, ich wollte die überfahren, verdammt. Der Tango ist der. Ey, mir ist ein Zivilist vor die Flinte gelaufen. Ja, jaa, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, du dreckiger! Hier ist noch irgendwas zum Scannen da oben. Ach, da oben, scheiße. Oh, das sind ein paar Meter, ne? Ne, ist nicht mehr viel. Achso, da oben meinst du? Dokument. Ja, das ist ein Dokument hier oben. Weiß ich das nicht, wenn du das nimmst? Das muss ich auch nehmen. Ich glaube nicht. Ne, er wird's mir auch noch angezeigt. Verdammt. Oh, so ein Doof. Oh, hier ist wieder so... Oh. Jetzt hat ich das Ding geklaut. Oh, sieht nice aus. Coca ist Kokain? Okay. Sender ist gestartet. Ich glaube, wir müssen beschützen. Hier ist noch Nachsucht. Hast du... Ne, wir haben keinen Granatenwerfer oder sowas. Na. Hä? Achso. Scheiße, ich wollte die Mine einfach... Ich wollte eine Mine legen. Ich habe zivilistische Böse. Oh, fuck. Na, da sind wir neben uns. Oh. Du stöhnst aber ganz schön laut, mein Freund. Ja. Oder war es ein Zivilist? Ich habe nichts gemacht. Oh, es war ein Zivilist. Scheiße, ich habe gerade einen Zivilist getötet. Warum... ...ducken die sich nicht? Ich will keine Zivilisten töten. Aber wieso kann man hier nicht hochklettern? Ich möchte aufs Dach... Das wäre cool. Also, ich habe auf jeden Fall bei 6 keine Mine. Nicht irgendwie schade. Ist vielleicht schon leer? Meine hast du noch gar nicht benutzt, ne? Ne. Bei G ist aber bestimmt Granate. Und 6 war ja Mine eigentlich. Hast du jetzt unten links gerade Mine stehen oder hast du Granate stehen? Unten wo? Unten links, unter deiner Munition. Bei mir steht jetzt einmal Splittergranate. Oh, Mine. Geh. Ah. Jetzt sind es ja für so noch 10 Sekunden. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Ey! Du retterder Scheiß-Zivilisten. Nein, ich mag Zivilisten. Alles gut. Das sollte die Rebellion anheizen. Ah, wir haben Mörser für die... Mörser, Compadres. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Volk erhebt. Viva la Revolution! Gern geschehen. Jawohl. Und was hast du über Juri und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüderin Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Ja. Meldet euch. Auch rein, Katari. Viva Revolution. Äh. Das heißt, wir müssen jetzt wieder so eine Mission, Story-Mission machen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch hier haben. Irgendwas hier. Ne, wir haben jetzt die nächste Story-Mission. Aber hier auf der Karte sind auch so viele Sachen, die man machen kann. Ja, dann lass uns hier hoch. Hier ist ein Fertigkeitspunkt und so eine Basis. Und wenn wir den Hubschrauber da geklaut haben bei A, dann gehen wir zur Story-Mission rüber. Ja, okay. Das war vorankommen, meine ich. Na gut. Hat Zanderlanka das gesamte Dorf ausgesetzt. Oder hast du jetzt noch, weil ich sag jetzt hier noch, da ist eine Basis, aber hier, wo wir in der Ecke sind, das hier sind. Das wäre dann sowieso alles wieder in die Richtung da. Nur wieder in die andere Richtung, da ist noch ein Fragezeichen, irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Kingsnair-Datei. Naja, anderer Kram halt. Da fliegen wir ja drüber, dann halten wir da kurz. Ja. Das heißt, super böse, Mann. Grün sind unsere Freunde, oder? Grün sind Freunde, würde ich sagen. Ja. Ja, Pakatari lügt. Ich kenn ihn. Oh, wo sind wir denn hier? Abskürzung. Darauf müssen wir gehen. Wollen wir hier hochklettern? Ja, lass uns klettern. Ich guck mal, ob ich mit meiner Drohne soweit komme. Oh yeah. Rebellenunterstützung. Ah, wir können jetzt Unterstützung anfordern. Halten Sie die Tab-Taste zum Öffnen des Befehlsrad. Ich hab noch einen Tango. Sehe einen dritten. Ich komm hier nicht hin. Auf jeden Fall ist da eine Menge Zeug drin, ne? Tango 5. Tab-Taste und dann kannst du Mörser rufen. Ja, Mörser ist ganz praktisch. Finde ich. Aber ich dachte, ich komm hier irgendwie weiter hoch. Kommen wir nicht hoch? Aber unser Freund ist nicht so kletterwillig. Okay, ich hab die jetzt erstmal alle markiert. Wo bist denn du da? Geh doch hier hoch. Hier kommst du hoch und weiter? Ja, hier. Achso, ich war ein tiefer. Oh. Okay, hier geht's nicht weiter. Könnt er nicht schon mal hier ein bisschen hoch springen? Nur weil er einen MG hat. 50 Kilo an Gepäck. Ey, kommt man echt nicht hoch. Ninja würde doch hochkommen. Ja, aber hier ist ein Weg. Ja, aber auf dem Weg werden sie wahrscheinlich patrouillieren. Ich hätte gerne... Ich hab die doch alle markiert. Ja, hier geht's. Hier auf jeden Fall. Aber ich... Von hinten rein. Oder? Das geht? Ich kann ja mal gucken, ob ich den Sniper im Turm... Okay, Sniper ist schon mal down. Ich würde mal gerne den Mörser holen. Warte mal. Okay, dann aber schön in die Mitte. Äh, Mausrad? Wie geh ich das? Äh, wo... Ach da. Na, mach mal. Du musst aber Blick ins... ins Lager haben, ne? Echt? Muss ich das? Ich guck einfach mal. Ich muss hier hochkommen. Da kannst du hier, glaub ich, schön drauf gucken. Hab indirektes Feuer angefordert. Verstanden. Ausgestellt. Ach, da schickt's auf meine Position. Oh, du Mann. Haha, ich heiße. Ich brauch Hilfe. Oh, scheiße. Hilfe anfordern. Hilfe. Konntest du da nicht sagen, wo das hin soll? Vielleicht hab ich einfach doppelt bestätigt, dass ich einfach nur einmal hätte klicken müssen oder so. Ich übe dir das nächstes Mal nachher. Okay, wir sind gejagt. Komm mal hier hoch. Tango getroffen. Okay, die beiden sind schon mal tot. Die verreck'n noch nicht. Tot. Nur noch einer im Zelt. Verstärkung kriegen sie. Hm. Konkorde mit dem Auto. Schmeiß ich gleich eine Granate vor die Füße. Planate aufpassen. Die verpack'n jetzt in den Brust hin. Okay. Da kommt aber die nächste. Ich geh' um aus Haus. No hay señales de enemigos por aquí. Continúe la búsqueda. Oh, komm. Meine schöne... Oh, meine schöne Posi ist am Arsch. Granate. Nice. Hier oben auf dem Turm ist ein... Äh, ein Fertikatzpunkt. Ich seh' den nicht. Der versteckt sich da hinterm Stein. Ja. Ich seh' den nicht. Ich seh' den nicht. Ich seh' den nicht. Ich seh' den nicht. Ah, da... Unsere Rebellenfreunde kommen und von hinten. Ah, super. Ja, er ist tot. Es kommt noch eine Patrouille. Noch eine? Dann geh' ich wieder hoch. Scheißdrech. Jawoll. Hast du die nicht losgejagt? Nee. Oh, hinter uns. Ey, jetzt weiß ich nur nicht. Oben rechts hast du Unidad-Patrouille. Und da ist jetzt noch ein Ding. Oder... Wann... Wann hört das auf? Ich glaube... Gar nicht. Irgendwann kommen Helikopter, oder? Hm... Du musst doch irgendwann aufhören, oder? Hier oben ist ein Fertigkeitspunkt dann noch. Ja, ich komm mal zurück. Dann hol ich mir. Die kommen jetzt auch wieder. Hier oben liegt auch eine Waffe mit... Ein Scharfschutzengewehr mit... Scope, ne? Nee, ich hab ja eins. Okay. Ich brauch' keins. Ich will... Ah, die jagen die Fahrzeuge... Irgendwie hoch. Aber wenn wir hier alles haben, können wir hier quasi abhauen, oder? Hm, ja. Oder wir holen uns den Schubschrauber und... Verbissen uns. Ja, ich hätte jetzt gedacht, das hört auch irgendwann mal auf. Ich denk mal sowas, so eine Art wie eine Polizei, ne? Auf dem Bild war ja irgendwas mit... Irgendwann kommen Helikopter... Irgendwie so. Ah, jetzt blinkt's. Ah. Jetzt haben die uns verloren, oder? Ja. Aber wir kriegen die Meldung, die Rebellen greifen sie an, na gut. Habadabada... Möchtest du fliegen? Hehehehe. Hier kannst du die Waffe steuern, wenn wir welche haben, oder? Ich glaube, die kannst du dann steuern. Der hat zwei unter der Bank. Zwei Miniguns. Ich mach das, ich fliege. Ach, warum geht das wieder weg mit dem Menü? Achso, ich markier dir mal was, ja? Aber... Boah! Oh, Waffenkissen mit leichtem Maschinengewehr. Geil! Auf nach A. Zerschrote sie bei A. Okay. Ich kann leider den Platz nicht wechseln. Ich kann die nicht schicken. Ich kann leider den Platz nicht wechseln. Ich kann die nicht schicken. Sind da überhaupt Feinde? Ich sehe ja nichts. Oh, ja doch. Oh, ja. Oh, scheiße. Ja, warte. Äh... Warte mal. Schweb mal da drüber, aber nicht so. Da kann ich welche markieren. Wie senke ich denn den Helikopter? Mit, ähm... Steuerung. Einen sehe ich ja bisher. Ja, ja. Geh mal weiter runter. Anders kann ich die nicht markieren. Oh! Oh! Die haben Raketenwerfer! Okay. Alter! Sehr gut gelandet. Ich bin ausgestiegen. Alte Schwede! Ich hänge hinter dem... Oh nein, ich falle runter! Nein! Oh Gott! Ja, ich hab ne coole Linie... Oh nein! Da komm ich nicht hin! Du bist beschossen! Kämpfe! Kämpfe um unser Leben! Shit ist das für ihr los! Wo kommt die denn auf einmal her? Ich kann dir da aber nicht helfen. Da komm ich nicht hoch. Hm. Nein! Ich sterbe! Mal gucken, was passiert. Alter, das Fahrzeug hätte ich fast überfahren. Alter, das war knapp. Alter, dass die Raketenwerfer haben. Scheiße! Idioten! Rennen doch nicht auf die Straße! Die fahren ja wie die bedenkten Schweine. Ah, die sind cool abgestürzt. Ja, von den Berg rein. Ich bin tot. Ich bin tot. Wählen sie einen Kameraden. Der bei dem... Ne? Mal gucken. Ist jeder da? Äh, ich hab jetzt einfach Enter. Da stand irgendwas zu ihrem Kameraden. Ähm, du bist jetzt... 100 Meter entfernt von mir. Dann komm mal her. Hier, es kommt ein Auto. Ist ja gar nicht so weit weg. Ist ja alles gut. Ziel eliminiert. Wollen wir den nehmen oder zu Fuß hoch? Nö, wir können doch gleich hoch Fuß zu Fuß. Das ist nicht mehr weit. Alter! Alter! Jetzt hab ich mein MG verloren. Hier vorne ist eine Waffenkiste mit MG. Deswegen holen wir die jetzt an. Juhu! Dass du das standardmäßig immer hast. Ach, das ist nice. Dann fühle ich mich auch viel besser. Wir kommen mal hoch. Warte mal. Ich versuch's mit der Tab-Taste nochmal. Warte mal. Ich versuch's mit der Tab-Taste nochmal. Hm. Soll ich mal versuchen? Kein Bereich? Mach du mal. Oh. Scharfschütze am... Scharfschütze am Turm. Oh, fuck. Links neben mir. Ach Gott, ich blute! Vor uns! Ich bin vor uns! Nein! Ich kann dich da um... Doch, so kann ich dich heilen. Und dann bin ich geschützt. Hahaha. Wenn jemand kommt, wirst du gleich auf dich geknallt. Ja. Gottverdammt! Warte, ich versuch's jetzt nochmal. Ist der da oben immer noch? Hier ist ein anderer. Ja, dazwischen ist ein anderer. Oh, jetzt nehmen wir ihn. Mörser. Einen Mörserbeschuss anfordern. Klick. Im Cooldown. Achso. Hä? Achso. Das dauert noch, bis wir ihn einsetzen können. Ja, aber du musst dann da hingucken, wo er hin soll. Da siehst du dann so'n Fleck... Ja, du siehst so'ne... ...so'ne... ...ganz... ...leichte, helle Markierung, wo der hinkommt. Naja, wie die beiden Granaten dann. Aber wo seh' ich denn... ...wieso ist denn im Cooldown? Wieso... Ich kann das aber nicht sehen. Hat der bei dir noch Cooldown, oder wie? Also, bei mir läuft keine Zeit ab. Mal, ich versuch's nochmal. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Äh, ich geh weg. Oh, die lässt ja im Bereich auch grob markieren. Joa. Unspektakulär. Jaaa... ...wenn da wieder fünf Leute aufm Haufen stehen, dann vielleicht interessant. Ah, haste schon. Okay. Da ist aber... Irgendwo ist da noch einer. Ja, gut. Ihr spricht am Naukel, ja. Ah ne, ist ein Radio, oder? Ein Radio. Haben wir ne Taschenlampe? Granate aufpasst! Das war ne Granate. Granate? Ich hab außerhalb die Granate gewonnen. Ey, irgendwo hatte ich vorhin was gelesen mit Nachtsichtgerät. Aber ich hab's halt im Gefecht nicht so drauf geachtet. Ich glaub, das müssen wir auch erst freischalten, ne? Das kann sein, ja. Ja. Hier sind keine Vorräte. Wo ist die Waffenkiste? Da ist die Waffenkiste. Hier vorne sind noch Dokumente? Bei mir? Ja, ich kann auch. Irgendwo hier? Oben. Hier kommt man hoch. Ach ja. Ist so dunkel. Ja. Wie geht's, Kara? Danke für die Infos über das rivalisierende Kartell. Die vielen Informationen und dieser Tarnkram haben mir geholfen, den Sicario nachher zu fördern. Ich würde gern sagen, dass ich... Seht mal da, Waffenkiste. Jawohl. Nett. Ich hab hier ein LMG gefunden. Jaaaa! Kann ich ihn nicht für's zweite Waffe nehmen? Nebeneinsatzmedikamentenüberfall. Boah, machen wir, ne? Äh, kann man ne Waffe als Zweitwaffe nehmen, oder muss ich die MP5 behalten? Ne, ich hab ein Maschinengewehr und ein Schwarzschützengewehr. Weil wenn ich jetzt auf das MG drücke, sagt er automatisch 1. Dann wähl doch vorher die 2 aus. Warte. Mach da auf, wenn ich auf die 2 klicke. Ne, du gehst auf 2. Auf, auf deine zweite Waffe. Jaaaa. Dann gehst du auf MG. Ja, und dann die erste. Hä? Dann hast du nicht die 2 angekl... Was ist denn bei dir hell markiert? 1 oder 2? Ja, gerade, warte mal. Mach wir jetzt zurück. So, jetzt blinkt bei mir die MP5. Also der zweite Slot. Die blinkt. Ne, blinkt soll nicht blinken. Weil ich doch drüber bin mit der Maus. Warte mal. Ja, dann musst du doch klicken. Ja, also... Aber dann ist weiß markiert. Ja, genau. Und er nimmt die Waffe auch in die Hand. Die Figur. Achso, ne, ich muss auf dem linken Menü... Und dann musst du rechts... Ja, okay, ich hab in der rechten Spalte das versucht einzustellen. Achso, ne, ne. Wenn du das links machst, ist es okay. Jetzt geht's, jetzt habe ich's. Ah, jetzt bin ich glücklich. Jetzt ist Andi glücklich. Äh, Andi sei ich. Heinrich heiße ich. Ähm, wollen wir mal hier so einen Break machen? Äh, oh ja, wir haben schon wieder 40 Minuten. Jaja. Dann gibts die, äh, Medikamenten bisschen später. Genau. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.